Hallo Leute, und heute werden wir mal verrückt. Jetzt ist es lila, und jetzt ist es grün, und jetzt ist es lila, und jetzt ist es grün, und jetzt ist es lila, und jetzt ist es grün. Hallo Leute, und heute werden wir mal verrückt. Ihr seht hier irgendeinen Scheiß, den man irgendwie sieht, und wenn man auf Play drückt, kann man hier zurück zur Lobby, und hier hinter uns ist einfach so ein Gang, und hier irgendwo so links lang, und dann gehe ich mal hier hoch, ja, und dann bin ich wieder hier, und dann gehe ich hier nochmal hoch, und ja, dann bin ich wieder hier. Dann gehe ich hier nochmal hoch, und ja, dann bin ich wieder hier. Dann gehe ich hier nochmal hoch, und ja, dann bin ich wieder hier. Also sieht man, irgendwie hat das keinen Sinn, das Ganze. Also rennen wir nochmal nach da. Ernsthaft? Was ist das für ein Schick? Und what? Hä? Ich soll mich umdrehen? Diese... diese Map, ne? Das ist... Junge, was ist das? Was? Was soll ich hier machen? Ich schicke den Sinn von der Karte nicht. Ja, hier, aber das... was soll ich hier machen? Ich schicke einfach den Sinn von der Karte nicht. Hier, hier ist wieder so ein Endlich-Ding. Dann müssen wir dann irgendwie agentieren. Ne, aber hier war ich ja schon. Ah! Hä? Was ist das für ein Schick? Ähm. Ist noch irgendein Schick. Mit schönen Partikeln. Äh, ja. Was soll ich hier jetzt machen? Hey, ich muss mal hin, ne? Ja, war ja schon gut. Ähm. Ja, so. Jetzt ist es lila. Und jetzt ist es grün. Und jetzt ist es lila. Und jetzt ist es grün. Und jetzt ist es lila. Und jetzt ist es grün. Ich will einen verarschen. Ich schicke das nicht. Was ist das für ein Scheiß? Darf ich jetzt durchgehen? Nein, warum? Darf ich nicht durchgehen? Junge. Lass mich verarschen. Was? Ich bin hier jetzt durchgehen. Irgendwo. Ne, jetzt bin ich wieder hier. Fick dich. So. Ich muss hier wieder ein Spiel angucken. Ja. Ach. Hallo. Was ist das? Die Möppeln einen sowas vom verarschen, ne? Jetzt hier runter. Hä? Was? Hä? Ja, dann bin ich hier lang. Äh. Ja, okay. Jetzt bin ich es nicht. Also bin ich hier lang. Und hier ist dann wieder ein schöner Spiegel. Äh. Hallo? Ein schöner Spiegel. Und jetzt ist es rot. Äh. Äh. Und jetzt ist es grün. Und jetzt? Hallo? Spiegel? Und jetzt ist es lila. Vielleicht muss er rot sein. Wer weiß. Ne, wurde es ganz schön. Und der? Ne, ne, ne. Ich kann alles mal übergehen. Grün, ne. Und, oh, ich glaube, lila war schon richtig. Dann kommen wir ja hier. Hier sollen wir dann hier lang, da lang. Und da, ja, okay. Das geht nicht. In welcher Farbe bin ich hier eben durchgekommen? Oh, ich glaube, ich glaube, ich muss, ich glaube, ich muss irgendwas, ach so, hier sind weiße Gläser. Und ich glaube, die muss ich dann alle, also die restlichen zwei, noch zu grün machen. So, wenn ich das hier instelle, seht denn irgendwas, ne? Aber wenn ich dann hier hingehe. Ist ja lila, aber ne, bringt das ja nix. Ich lasse mal grün. Ach so. Das soll, glaube ich, alles grün werden. Das ist ja schon grün. Mach ich das ja auch mal scheinbar grün, so. Ne, muss hier noch irgendwas grün werden, oder was? Was muss hier grün werden? Das ist hier die Frage. Was? Hä? Junge, Mepp, willst du mich verarschen? Ich check den Scheiß nicht. Hier ist Grün, aber ich fange hier nicht durch. Jetzt rutsch, jetzt fange ich hier wieder durch. Hier ist Ende. Und hier ist er jetzt wieder da. Und hier ist er, ich weiß, was ich weiß, was ich weiß, was ich weiß, was ich weiß. keine Ahnung was soll ich nur machen da bin ich aber echt verzweifelt auch jetzt ist es auch welch ein Wunder das hätte ich nicht erwartet boah hab ich ja geschreckt wo geht's jetzt hier hin? äh hier hab Angst ja hier hin? ne geh nicht mann, scheiß Ding, ich will aber hier hin mann, so ein Scheiß äh, jetzt bin ich hier durchs Irrenhaus gelatscht das Irrenhaus oberen 1.000 um mir so eine Scheiße anzugucken ernsthaft? nur um mir so eine Scheiße anzugucken laufe ich hier jetzt ums Irrenhaus oberen 1.000 wo man, oh, ich kann nicht mehr denken ja das ist äh, wie soll man es schaffen? dein ernst? dein ernst? hier war ich am Anfang ich drücke auf play stell ich einfach ich drücke einfach auf play durch das ganze Irrenhaus hier gelatscht was ich, was hätte ich einfach machen können? äh, äh, fertig mein Leben hat keinen Sinn mehr tschau ahja, und ähm, vielen Dank fürs Zuschauen ähm, ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat dann lasst doch bitte 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 ein Daumen nach oben da weil ich mag Daumen nach oben zeigen und ähm, äh, ähm, 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 tja dann, äh, ist halt jetzt zu Ende, ne? und ähm, jetzt hat mein Leben aber wirklich kein Leben mehr tschau oder undorage auch bei